59, 23, seine Gesamtzeit. Oben steht es Nummer 7 mit Moritz Plank vom SC Landela Wögel. Der junge Mann, ja, schaut auch schon sehr flüssig auf. Man merkt, wie er dann mit den Skates aus der Kurve heraus beschleunigt. Auch hier, ja, ganz leicht die Kippstange berührt. 21, 23, Maximilian Plank, Jahrgang 97. Hat jetzt aus Altersklassen-Denke Sprüche eine 32er-Zeit zu knacken. Schaut auf alle Fälle, Scherer-Sandtags und seine Zeit 24. Untertitelung des ZDF für funk, 2017